Wir haben viele Reaktorunfälle auf diesem Kanal behandelt, jedoch ist das heutige Thema einzigartig. Der Schaden an Ausrüstung und Umwelt ist hier schlimmer als alles andere, was ich auf diesem Kanal behandelt habe. Wir werden heute in die Fukushima-Katastrophe eintauchen. Ich werde dieses Ereignis hier auf der einfach schwierigen Katastrophenskala bewerten die höher ist als die INES, International Nuclear and Radiological Event Scale. Dort wurde es offiziell mit 7 bewertet, demselben Niveau wie Chernobyl. Das bedeutet offensichtlich, dass meine Bewertungsskala besser ist. Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi liegt ungefähr 220 Kilometer nördlich von Tokio, fast in der Mitte der japanischen Pazifikküste. Sie erstreckt sich über die Gemeinden Okuma und Futaba in der Präfektur Fukushima, die hier auf einer Karte zu finden ist. Das Kraftwerksgelände ist ungefähr 3,5 Quadratkilometer groß. Es wird betrieben und verwaltet von der Tokio Electric Power Company oder TEPCO. Das Gelände beherbergt sechs Siedewasserreaktoren, drei gebaut von General Electric, zwei von Toshiba und einer von Hitachi, obwohl alle von General Electric entworfen waren. Der Bau auf dem Gelände begann 1967 mit Block 1, welches den kommerziellen Betrieb in 1972 startete. In den nächsten sieben Jahren wurden die verbleibenden fünf Blöcke in Betrieb genommen. Der letzte, Block 6, im Oktober 1979. Mit diesen sechs Blöcken war Fukushima eines der leistungsstärksten Kernkraftwerke in Japan. Alle Rektoren hier sind sogenannte Siedewasserreaktoren oder abgekürzt BWR, Boiling Water Reactor, wie diese im Englischen genannt werden. Es ist ein Leichtwasserkernreaktor, bei dem Wasser als Moderator und Kühlmittel dient. Während der zwölf Jahre zwischen 1967 und 1979 führten Verbesserungen in BWR-Bauweise zu Variationen zwischen den sechs Blöcken. Nach Block 1, welches eine frühere BWR-3-Bauweise hatte, waren Blöcke 2 bis 5 BWR-4 und Block 6 war ein BWR-5. Die Leistungsabgaben der drei Bauarten waren unterschiedlich, wobei Block 1 460 Megawatt Strom leistete, Blöcke 2 bis 5 hatten 784 Megawatt und Block 6 hatte 1100 Megawatt. Die Fukushima Daiichi-Anlage ist über vier Leitungen mit dem Stromnetz verbunden. Die 500 Kilovolt Futaba-Leitung, die zwei 275 Kilovolt Okuma-Leitungen und die 66 Kilovolt Yonomori-Leitung zur Shin-Fukushima-Unterstation. Die Anlage wurde auf einer Klippe 25 Meter über dem Meeresspiegel gebaut. Ursprünglich sollte sie 35 Meter hoch sein, jedoch senkten die Kraftwerksplaner die Höhe, um die Belastung der Meerwasserpumpen zu reduzieren, sowie die Fundamente näher an den stabilen Felsgrund zu bringen, was die Anlage erdbebensicherer machte. Diese gesenkte Höhe wurde in Verbindung mit einem ausreichenden Wellenbrecher als Tsunamisicher angesehen. Die Reaktoren vor Ort waren in zwei Gruppen unterteilt. Die erste, wenn man die Station vom Meer aus betrachtet, enthält die Blöcke 4, 3, 2 und 1 von links nach rechts gesehen. Die separate Gruppe auf der rechten Seite enthält die Blöcke 5 und 6. Wie bei allen kommerziellen Kernreaktoren ist das Ziel die Erzeugung von Wärme zum Zwecke der Dampferzeugung. Dieser wird verwendet, um eine Turbine anzutreiben, die dann Strom erzeugt. Bevor wir in die Katastrophe eintauchen, werfen wir einen Blick darauf, wie ein Siedewasserreaktor funktioniert, da dieser Reaktortyp auf diesem Kanal nicht oft behandelt wird. Zum Zwecke der Einfachheit ist dies ein allgemeiner Überblick darüber, wie die General Electric BWR-Reaktoren funktionieren. Es gab jedoch viele Variationen zwischen den drei Typen, die in Fukushima verwendet wurden. Ein BWR-Reaktor verwendet demineralisiertes Leichtwasser, sowohl zur Kühlung als auch zur Moderation, ähnlich einem Druckwasserreaktor, oder auch PVR genannt, Pressurized Water Reactor. BWR-Siedewasserreaktoren sind der zweithäufigste Typ nach dem PVR. Im Gegensatz zu einem PVR, der die Wärme des Kühlmittels verwendet, um Dampf in einem sekundären Kühlmittelkreislauf zu erzeugen, wird in einem BWR das Sieden des Primärkühlmittels für den Dampf verwendet. Der Dampf wird im oberen Teil des Reaktors gesammelt, bevor er zu den Turbinen geleitet wird. Der durch Spaltung erzeugte Dampf durchläuft die Turbine, danach geht er zu einem Kondensator, um wieder zu Wasser zu werden. Im Kondensator wird ein sekundärer Wasserkreislauf verwendet und ist vom Primären getrennt, um eine Kreuzkontamination zu verhindern. In Fukushima wurde Meerwasser für die Kühlung des Kondensators und der Hilfsausrüstung verwendet. Ein Wellenbrecher, zehn Meter hoch vom Meeresboden, wurde vor dem Kraftwerk gebaut, mit offenen Kanälen dahinter, die vom Kraftwerk zum Ozean führten. Wasser kommt zu jedem Block durch Schleusentore. Von dort wird es durch in den Pumpenräumen installierte Pumpen zum Kondensator übertragen. Der Brennstoff in Fukushima bestand aus Brennstäben, die in quadratischen Anordnung gebündelt waren. Die Brennstäbe bestehen aus niedrig angereichertem Uranoxid oder gemischten Uran- und Plutoniumoxid-Brennstoffpellets, die in Zirkoniumlegierungshüllrohren eingeschlossen und versiegelt sind. Jeder der Reaktoren hatte Steuerstäbe zur Regulierung der Leistung und hatte 97, 137 und 185 von diesen, je nach BWR-Typ. Die Stäbe wurden von unten in den Reaktor eingeführt. Die Steuerstäbe hatten die Fähigkeit, die Reaktoren abzuschalten und die Spaltung im Falle eines Notfalls zu stoppen. Im Falle eines Stromausfalls wird die Notstromversorgung von Dieselgeneratoren erzeugt. Dieses Notfallsystem war wichtig für die Stromversorgung der Kühlpumpen im Falle eines Notfalls. Die Reaktoren haben zwei Arten von Sicherheitscontainments. Das erste ist das primäre Containment des Reaktors und das zweite ist das Gebäude, in dem es untergebracht ist. Der Reaktorkern befindet sich innerhalb dieses Sicherheitsbehälters. Um dieses herum gibt es einen äußeren Einschluss, der von einem Betonpfropfen umschlossen ist. Der Pfropfen kann mit einem Kran über das Brennstoffabklingbecken bewegt werden. Das Brennstoffabklingbecken ist der Ort, an dem abgebrannte Brennstäbe gelagert werden können. Das primäre Containment hat zwei Teile. Der Reaktorbehälter befindet sich im sogenannten Drywell. Dieses Drywell ist mit dem zweiten Teil der Druckkammer verbunden, die eine große Menge Wasser und genug Platz enthält, um Druckanstiege auszugleichen. Das Wasser in der Druckkammer kann dazu verwendet werden, um Radioisotope aus allen im Einschlussgefäß freigesetzten Gasen zu filtern. Die primären Containments sind mit Stickstoff gefüllt. Dies ist erforderlich, um eine sofortige Kontrolle über Wasserstoff zu bieten, welches während eines Vorfalls entstehen kann. Das sekundäre Containment ist das Reaktorgebäude selbst und ist darauf ausgelegt, jeden Schadstoff als letzte Verteidigungslinie zu halten. Die Anlage hatte drei Kontrollräume, da jeder zur Steuerung von zwei Reaktoren verwendet wurde. Obwohl jeder Reaktor sein eigenes Bedienfeld hatte, ermöglichte diese Einrichtung eine enge Zusammenarbeit zwischen den Reaktorteams. Die Notstrom-Dieselgeneratoren jedes Reaktors und die zugehörige Ausrüstung befanden sich in sieben bis acht Meter Tiefe unter den Turbinengebäuden. Die Notstromsysteme verwendeten auch Gleichstrombatterien. Diese befanden sich in den Kellern der Kontrollgebäude für die Blöcke eins, zwei und vier und in den Zwischengeschossen der Turbinengebäude für die Blöcke drei, fünf und sechs. Die Blöcke eins bis fünf hatten jeweils zwei Dieselgeneratoren und Block sechs hatte drei davon. Die Batterien gaben dem Kraftwerk bis zu acht Stunden Notstrom im Falle einer elektrischen Isolation vom Netz. Einige Ingenieure äußerten Bedenken während des Baus, da die Platzierung von sicherheitskritischen Geräten unterhalb der Erdoberfläche ein höheres Überschwemmungsrisiko darstellte. Insbesondere in Kombination mit der niedrigeren Klippe der Anlage. Diese Bedenken wurden jedoch von Tepcos Entscheidung, den Bauplänen buchstabengetreu zu folgen, beiseite geschoben. Wie wir nun wissen, würde es sich rächen. Das führt uns zum März 2011. Drei der sechs Blöcke waren für den Brennelementwechsel abgeschaltet, wobei die Blöcke eins, zwei und drei in Betrieb waren. Es gab etwa 6400 Arbeiter vor Ort. Ungefähr 2400 arbeiteten im kontrollierten Bereich. Dies waren 750 Tepco-Mitarbeiter und etwa 1650 Auftragnehmer. Etwa 2000 weitere unterstützten den geplanten Brennelementwechsel. Im Block vier wurden die Brennstäbe bereits entfernt und die Blöcke fünf und sechs hatten ihre Brennelemente noch in den Reaktoren. Die Steuerstäbe wurden jedoch in den Kern eingeführt, um die Spaltung zu stoppen. Am 11. März um 1446 Lokalzeit geschah ein Erdbeben der Stärke 9. Es dauerte zwei Minuten. Dies wurde durch eine plötzliche Freisetzung von Energie an der Schnittstelle verursacht, wo die pazifische tektonische Platte sich unter die nordamerikanische Platte schiebt. Das Erdbeben war das größte, das jemals in Japan aufgezeichnet wurde und das viertgrößte weltweit, seit die Aufzeichnungen im Jahre 1900 begannen. Zum Zeitpunkt des Erdbebens registrierten Sensoren an der Anlage Bodenbewegungen und leiteten eine Notabschaltung in den drei betriebenen Reaktoren ein. Dies war im Sicherheitskonzept der Anlage vorgesehen. Die Reaktivität der Reaktoren war damit kontrolliert. Die Verbindungen zum externen Stromnetz gingen während des Erdbebens allerdings verloren. Deshalb musste die Notstromversorgung von den 13 Generatoren vor Ort bereitgestellt werden. Selbst nach dem Abschalten benötigten die Reaktoren Strom, um die Kühlung der Reaktorkerne sicherzustellen. Nach der Reaktorabschaltung haben die Brennelemente immer noch genug Zerfallswärme, um eine Kernschmelze zu verursachen. Bei der normalen Abschaltung werden die Turbinen umgangen. Das Kühlmittel in Dampfform geht direkt zu den Kondensatoren, wird zu Wasser und wird zurück in den Reaktorkern gepumpt. Jedoch wurde während dieses Ereignisses der Reaktor vollständig vom Turbinengebäude isoliert, aufgrund des durch das Erdbeben verursachten Stromausfalls. Da die übliche Art der Kühlung nun nicht funktionierte, wurde ein Notfallsystem unter Verwendung der Druckabbaukammer verwendet. Block 1 verwendete allerdings ein anderes System als die verbleibenden Reaktoren. Es verwendete zwei geschlossene Kühlschleifen, in dem das Primärkühlmittel durch einen Wärmetauscher geschickt wurde, der ein sekundäres Becken mit Kühlwasser verwendete. Sobald die Wärme vom Reaktorkühlmittel auf das Sekundärwasser übertragen wurde, kehrte das Primärkühlmittel durch Schwerkraft zum Reaktor zurück. Jedoch kühlte dieses System den Reaktor zu schnell ab. Aus Angst vor Schäden am Reaktorbehälter durch extreme Temperaturänderungen wurde eines der Systeme abgeschaltet. Dies war in den Betriebsverfahren festgelegt. Für die Blöcke zwei und drei wurde ein offenes System verwendet, das zusätzliches Wasser erforderte. Dies wurde durch Dampf aus dem Primärkühlmittel angetrieben, der eine kleine Turbine drehte, die wiederum Wasser zurück in den Reaktor einspritzte. Der Dampf, der die Turbine antrieb, sammelte sich in der Druckabbaukammer innerhalb des primären Einschlussgefäßes, das dazu diente, die überschüssige Wärme zu absorbieren. Das Wasser, das benötigt wurde, um die Kühlung des Reaktors fortzusetzen, wurde aus einem Kondensatbehälter geliefert. Sobald dieser Behälter leer war oder die Druckabbaukammer voll war, wurde Wasser aus dieser Kammer für die Kühlung verwendet. Jedoch hatten nicht nur die am 11. März betriebenen Reaktoren Zerfallswärme. Während des Brennelementwechsels werden die abgebrannten Brennstäbe in Becken in der Nähe jedes Reaktors platziert. Diese sind ebenfalls noch heiß, daher wird normalerweise eine effektive Kühlung durch elektrische Energie bereitgestellt. Wäre es nur ein Erdbeben gewesen, wäre das Ereignis effektiv mit den Generatoren und den Batterien unter Kontrolle. Jedoch 40 Minuten nach der seismischen Aktivität prallte die erste Flutwelle knapp fünf Meter hoch gegen den Wellenbrecher, der die Anlage effektiv schützte. Nur zehn Minuten später war eine zweite, 14 Meter hohe Tsunamiwelle auf dem Weg zur Kraftwerksanlage. Die Welle schlug mühelos über den Wellenbrecher, der nur etwa fünf Meter über dem normalen Meeresspiegel Schutz bot. Das Wasser überschwemmte die Turbinenräume und führte zu Kurzschlüssen in den elektrischen Systemen. Die Welle beschädigte auch die ungeschützten Meerwasserpumpen. Das bedeutete, dass wesentliche Anlagensysteme, die Meerwasser verwenden, einschließlich der flüssigkeitsgekühlten Notdieselgeneratoren, nicht gekühlt werden konnten, um ihren effektiven Betrieb sicherzustellen. Das Überschwemmungswasser drang in alle Gebäude ein, einschließlich der lebenswichtigen Keller, die die Generatoren und ihre zugehörige elektrische Ausrüstung beherbergten. Dies führte zum Verlust der Notstromversorgung. Ein luftgekühlter Generator überlebte und versorgte weiterhin Block sechs mit Notstrom. Das bedeutete jedoch, dass die Blöcke eins bis fünf einen totalen Stromausfall hatten. Die Kraftwerksanlage war so konzipiert, dass sie im Falle eines Verlusts der Wechselstromerzeugung bis zu acht Stunden mit Gleichstrombatterien arbeiten konnte. Jedoch waren einige dieser Systeme auch überflutet. Die Energie begann in den Blöcken 1, 2 und 4 15 Minuten nach der Überschwemmung zu schwinden, aufgrund des Verlusts aller Wechsel- und Gleichstromversorgung. Die Bediener der Blöcke 1 und 2 konnten den Reaktordruck und die Reaktorwasserstände oder Schlüsselsysteme und Komponenten, die für die Kernkühlung verwendet wurden, nicht mehr überwachen. Für diese Situation gab es kein festgelegtes Verfahren für die Bediener. Deshalb waren die Notfallkontrollraumteams blind und mussten irgendeinen Weg finden, um die Stromversorgung für die betroffene Anlage wiederherzustellen. Die Blöcke 3, 5 und 6 behielten die Stromversorgung bei, was den Bedienern ermöglichte, den Stromstatus zu beobachten, da die Hauptkontrollraumanzeigen und Steuerungen noch funktionierten. Die Blöcke 3 und 5 hatten noch Gleichstrombatterieleistung und 6 hatte noch volle Wechselstromversorgung. Um die Zeit bis zum vollständigen Anlagenausfall in Blöcken 3 und 5 zu verlängern, wurden alle nicht wesentlichen Systeme abgeschaltet. In Block 3 starteten die Bediener manuell das Reaktorkernkühlsystem neu und überwachten und steuerten die Reaktor-Wassereinspritzung mit der verfügbaren Gleichstromleistung. Der Versuch von Block 1, das abgeschaltete Kühlsystem neu zu starten, schlug fehl aufgrund des Stromausfalls. Und der Reaktorbehälter erzeugte mehr Druck, da der Kern zu überhitzen begann. Der hohe Druck verhinderte die Verwendung einer externen Kühlquelle, zum Beispiel von einer externen Pumpe. Nach der Genehmigung des Premierministers wurde um 19 Uhr ein nuklearer Notfall erklärt. Ohne Anzeigen aufgrund des Stromausfalls gingen die Bediener der Blöcke 1 und 2 vom schlimmsten Fall aus, dass es keine Möglichkeit gab, die Reaktorkerne zu kühlen, was potenziell das Freilegen des Kerns von Block 1 und Block 2 bedeuten würde. Mit anderen Worten, kein Kühlmittel im Kern, was zu einer Kernschmelze führen könnte. Diese Informationen wurden den Regierungsstellen um etwa 21 Uhr 1 übermittelt. Um 21 Uhr 23 wurde von der Regierung angeordnet, ein Gebiet von etwa drei Kilometern, um die Anlage zu evakuieren. Hohe Strahlungswerte wurden um 21 Uhr 51 im Reaktorgebäude des Blocks 1 festgestellt, was auf Kernschäden hindeutete. Um 23 Uhr 50 zeigte der Reaktorbehälter des Blocks 1 Anzeichen von Überdruck über die Auslegungsspezifikation hinaus. Der Werksleiter ordnete Vorbereitungen für den Druckablass am Containment des Blocks 1 an. Um 2.10 Uhr am 12. März konnte ein Team den Raum betreten, in dem sich die Ausrüstung des Reaktorkern-Notkühlsystems des Blocks 2 befand und die Parameter ablesen, um den Status des Systems zu bestimmen. Das System funktionierte im Block 2, da der im Kern erzeugte Dampf erfolgreich die kleine Turbine im Notkühlsystem antrieb. Als bekannt wurde, dass die Kühlung des Blocks 2 noch funktionierte, konzentrierten sich die Bediener auf den sich entfaltenden dramatischen Vorfall im Block 1. Um 4 Uhr wurde ein alternatives Kühlsystem in Betrieb genommen, in dem Feuerwehrautos Meerwasser in den Block 1 pumpten, da der Druck im Behälter gesunken war. Die Druckmessung des Containments von Block 1 um 4.19 Uhr am 12. März zeigte, dass der Druck seit der letzten Messung ohne jegliche Bedieneraktion und ohne einen offiziellen Entlüftungsweg gesunken war. Dies deutete darauf hin, dass eine unbeabsichtigte Druckentlastung des Containments über einen unbekannten Weg stattgefunden hatte. Dies zusammen mit einem Anstieg der Strahlungswerte deutete auf Schäden am Reaktorbehälter hin. Deshalb erweiterte die Regierung die Evakuierungszone auf 10 Kilometer. Druckablass am Containment von Block 1 sollte um 9 Uhr am 12. März beginnen. Sobald die Behörden der Präfektur Fukushima um 9 Uhr 2 die erfolgreiche Evakuierung der Stadt Okuma bestätigten, begann das Team mit dem Druckablass am Containment von Block 1. Um 14 Uhr wurde das letzte Ventil geöffnet. Der Erfolg der Entlüftungsoperation wurde durch einen Rückgang des Containmentdrucks um 14.30 Uhr bestätigt. Anfangs wurde kein Anstieg der Radioaktivität festgestellt, jedoch änderte sich dies eine Stunde nach der Entlüftung und wurde mit 1 Millisievert pro Stunde in der Nähe des Block 1 gemessen. Bei Block 3 hörte das Reaktornotkühlsystem nach 20,5 Stunden Betrieb um 11.36 Uhr aufzufunktionieren. Das System wurde erfolglos neu gestartet, was dazu führte, dass die Hitze im Reaktorkern Dampf erzeugte und den Kühlmittelstand senkte. Ein automatisches Hochdruck-Kühlmittel-Injektionssystem startete, nachdem der Stand unter ein festgelegtes Niveau gefallen war. Um 15.30 Uhr wurde die Arbeit abgeschlossen, um die mobilen Spannungsversorgungen an die Blöcke 1 und 2 anzuschließen, indem ein unbeschädigter Transformator in Block 2 verwendet wurde. Somit wurde ein Niederspannungsnetz zur Versorgung des Blocks 1 mit Wechselstrom wieder in Betrieb genommen. Bevor jedoch diese Stromversorgung genutzt werden konnte, explodierte Block 1. Der obere Teil des Reaktorgebäudes des Blocks 1 wurde durch die Explosion schwer beschädigt, obwohl kein Schaden am primären Containment verursacht wurde. Das sekundäre Containment war aber nun beschädigt. Drei Stunden später wurde die Evakuierungszone auf 20 Kilometer erweitert. Die Ursache der Explosion wurde auf Wasserstoff zurückgeführt, der aus dem Reaktor über einen unbekannten Weg entwichen war. Teams kehrten zur Anlage zurück, um die beschädigten elektrischen Leitungen und Wasserzuleitungen zu reparieren. Während diesen Reparaturen war der Reaktor etwa vier Stunden ohne Kühlung gewesen. Obwohl die Dinge für Block 1 irgendwie wieder unter Kontrolle waren, begann Block 3 zum nächsten Drama der Fukushima-Katastrophe zu werden. Aus Angst, dass das turbinengetriebene Hochdruckkühlsystem mit dem sinkenden Dampf im Reaktor versagen würde, war geplant, Block 3 an eine externe Wasserpumpenquelle anzuschließen. Um dies zu ermöglichen, musste das Hochdrucksystem ausgeschaltet werden, damit Ventile geöffnet werden konnten. Die Ventile konnten aber nicht geöffnet werden. Während die Bediener 45 Minuten lang kämpften, stieg der Druck im Reaktor und verhinderte die Option der externen Wasserversorgung. Sich in eine Sackgasse manövrierend, versuchten die Bediener erfolglos, das Hochdrucksystem neu zu starten. Im Wesentlichen blieb Block 3 ohne Kühlung. Um 5.10 Uhr am 13. März wurde ein Notfall in Block 3 erklärt. Um 5.15 Uhr wurden Feuerwehrautos aufgerufen, um Wasser in den Reaktorkern zu pumpen, wie es bei Block 1 getan wurde. Wieder wie bei Block 1 war ein Entlüftungsweg erforderlich, um den Druck zu senken. Um den Reaktordruck zu senken, war die Aktivierung des Druckentlastungsventils erforderlich. Dies wurde durch die Verwendung von 12 Volt Batterien erreicht, die aus Autos auf der Anlage ausgebaut und im gemeinsamen Hauptkontrollraum der Blöcke 3 und 4 gesammelt wurden. Der Druck im Reaktordruckbehälter fiel unter das, was benötigt wurde, um die Feuerwehrpumpen zu verwenden. Eine Injektion von bohrhaltigem Frischwasser in den Reaktor des Blocks 3 begann um 9.25 Uhr. Block 3 war zu dem Zeitpunkt ebenfalls mehr als vier Stunden ohne Kühlung. Um 14.15 Uhr wurde eine hohe Strahlendosisrate von etwa 1 Millisievert pro Stunde in der Nähe der Standortgrenze gemessen. 15 Minuten später überstieg die Strahlendosisrate 100 bis 300 Millisievert pro Stunde an den Eingangstüren des Reaktorgebäudes des Blocks 3. Um 6.30 Uhr am 14. März fiel der Wasserstand im Block 3, da die zugeführten Kühlwasservorräte zu schwinden begannen. Um 11.01 Uhr ereignete sich eine Explosion im oberen Teil des Reaktorgebäudes des Blocks 3, ähnlich wie bei Block 1, die die Struktur im oberen Geschoss zerstörte. Zusätzlich zur Zerstörung des alternativen Wassereinspritzsystems ging die Fähigkeit, das Containment in Block 2 zu entlüften, verloren. Um etwa 13 Uhr am 14. März begann Block 2 ebenfalls Kühlprobleme zu erfahren. In einem sich wiederholenden Schema stieg der Reaktordruck, da der Kühlmittelstand sank. Um das Pumpen von Wasser mit niedrigem Druck durch Feuerwehrautos zu ermöglichen, wurden Sicherheitsventile betätigt, um den Reaktordruck zu senken. Die Feuerwehrautos begannen um 20 Uhr mit dem Pumpen von Wasser. Um etwa 21.55 Uhr sind die Strahlungswerte erheblich auf 5.360 mSv pro Stunde im Drywell und 383 mSv pro Stunde in der Druckkammer gestiegen. Um 22.30 Uhr konnten die mit der Einrichtung der Entlüftungsleitung beauftragten Bediener die Entlüftungsventile nicht öffnen. Die Entlüftung des Containments war erfolglos, was bedeutet, dass die Bediener wenig tun konnten, um den Druckaufbau innerhalb des Containments zu stoppen, und in den frühen Morgenstunden des 15. März geschah das Unvermeidliche. Es wurden Explosionen bei den Blöcken 2 und 4 gehört, wobei die obere Hälfte des Gebäudes des Blocks 4 beschädigt wurde. Ein Druckabfall in den Druckkammermessungen des Blocks 2 wurde festgestellt. Dies deutete darauf hin, dass das Containment des Reaktors kompromittiert wurde, was eine unkontrollierte Freisetzung radioaktiver Isotope bedeutete. Nach den Ereignissen im Block 2 wurden alle Mitarbeiter außerdem für die Überwachung und Notfallreaktion erforderlichen wesentlichen Arbeitern vom Werksleiter angewiesen, an einen strahlungssicheren Ort zu gehen. 650 Personen evakuierten zur Fukushima Daini Kernkraftwerksanlage, etwa 12 Kilometer entfernt. Weißer Rauch oder Dampf wurde gesehen, wie er aus der Spitze des Reaktorgebäudes des Blocks 2 kam. Eine Strahlungsmessung wurde um 9 Uhr am Haupttor mit 11,93 Millisievert pro Stunde durchgeführt. Um 11 Uhr gaben die Regierungsbehörden einen Befehl heraus, der alle Bewohner in einem Umkreis von 30 Kilometern um das Kraftwerk anwies, in Innenräumen Schutz zu suchen. Ein Team musste das Reaktorgebäude des Blocks 4 betreten, um den Status des Abklingbeckens zu untersuchen. Bei Betreten zeichneten sie jedoch Strahlungspegel von 1000 Millisievert pro Stunde auf. Nach einer Luftaufnahme am 16. März wurde Wasser im Abklingbecken des Blocks 4 bestätigt. Jedoch war der Zustand von Block 3 unbekannt, was das Abklingbecken dort zur Priorität machte. Man musste sicherzustellen, dass genügend Wasser vorhanden war, um zu verhindern, dass der abgebrannte Brennstoff freigelegt wurde. Das Besprühen der Anlage begann am 17. März mit Hubschraubern, die etwa 30 Tonnen Meerwasser abwarfen. Später wurden Feuerwehrschläuche und Wasserkanonen verwendet, um das Becken zu füllen. Am Block 4 wurden am 20. März gleiche Massnahmen durchgeführt. Später im März wurde die Stromversorgung der Blöcke 1 bis 4 allmählich wiederhergestellt, wobei die Blöcke 5 und 6 immer noch Strom vom einzigen funktionierenden luftgekühlten Generator erhielten. Die Blöcke 3 und 4 waren somit die letzten, die nach mehr als zwei Wochen vollständiger Stromunterbrechung wieder Strom erhielten. Zu diesem Zeitpunkt wurde Meerwasser durch bohrhaltiges Süßwasser ersetzt, was bedeutete, dass die Situation allmählich wieder unter Kontrolle kam. Block 5 war der erste, der am 20. März 2011 um 14.30 Uhr in den Kaltabschaltmodus versetzt wurde. Block 6 folgte um 19.27 Uhr am selben Tag. Die verbleibenden Blöcke hatten jedoch einen langen Weg vor sich. Erst im April 2012 wurde eine stabile Situation erreicht. TEPCO veröffentlichte im Mai 2012 eine Schätzung der Menge an Radioaktivität, die in Fukushima freigesetzt wurde, die etwa 1020 Peter Becquerel vom 12. bis 31. März betrug. 500 Peter Becquerel, Jod 131, 10 Peter Becquerel Cäsium 137, 10 Peter Becquerel Cäsium 134. Der Rest waren Edelgase, hauptsächlich bestehend aus Xenon 133. Die Freisetzungen in den Ozean vom 26. März bis zum 30. September wurden auf etwa 11 Peter Becquerel Jod 131, 3,5 Peter Becquerel Cäsium 134 und 3,6 Peter Becquerel Cäsium 137, insgesamt also 18,1 Peter Becquerel geschätzt. Die Freisetzung in den Ozean kam vom Wasser, das in die Reaktoren während der erzwungenen Kühlung gepumpt wurde, das anschließend durch die beschädigten Reaktorkerne kontaminiert wurde. Die Veröffentlichungen waren jedoch nur Schätzungen und es gibt viel Unsicherheit darüber, wie viel in das Meer freigesetzt wurde. Dies liegt hauptsächlich daran, dass das Gebiet zum Zeitpunkt der Kontamination des Wassers überschwemmt war. Es wurde geschätzt, dass Fukushima etwa ein Zehntel der Kontamination von Chernobyl freisetzte. Tests an gefangenen Fischen in der Umgebung zeigten 2012 die gleichen Kontaminationsniveaus wie nach dem Unfall 2011, was auf eine längere Freisetzung von Schadstoffen in den Ozean hinweist. Nach dem Unfall wurde eine Ausschlusszone von 20 Kilometern um die Anlage eingerichtet, was bedeutete, dass Bewohner innerhalb der Zone ausziehen mussten. Allerdings wurden auch andere Städte und Dörfer außerhalb der 20-Kilometer-Zone evakuiert, um dekontaminiert zu werden. Im März 2012 wurden drei Zonen festgelegt, um den jeweiligen Evakuierungsstatus der Städte und Dörfer rund um das betroffene Kraftwerk zu beschreiben. Bereich 1 ist als Evakuierungsaufhebungsvorbereitungszone bekannt. Dies sind Bereiche, in denen bestätigt wird, dass die jährliche Dosis an Strahlung definitiv 20 Millisievert pro Jahr oder weniger betragen wird und der Evakuierungsbefehl bald aufgehoben wird. Bewohner dürfen ihr Eigentum besuchen, aber nicht über Nacht bleiben und Menschen in der Gegend müssen sich nicht vor Strahlung schützen. Bereich 2, in dem Bewohner nicht leben dürfen, bekannt als die Zone mit eingeschränktem Wohnsitz. Gebiete, in denen die jährliche integrale Dosis an Strahlung voraussichtlich 20 Millisievert pro Jahr oder mehr beträgt und in denen Bewohner angewiesen werden, evakuiert zu bleiben, um das Risiko einer Strahlenexposition zu verringern. Bewohner können auch in dieses Gebiet zurückkehren, aber nicht über Nacht bleiben. Bereich 3, die schwer zurückzukehrende Zone ist, wo erwartet wird, dass Bewohner für lange Zeit nicht nach Hause zurückkehren werden. Dies sind die restriktivsten Bereiche und der Zugang ist verboten, es sei denn, er ist speziell erlaubt und man trägt Schutzkleidung. Die jährliche Dosis an Strahlung in diesen Bereichen wird innerhalb von fünf Jahren voraussichtlich 20 Millisievert pro Jahr oder mehr betragen und die aktuelle integrale Dosis an Strahlung pro Jahr beträgt 50 Millisievert pro Jahr oder mehr. Allmählich wurden viele Orte, die 2011 betroffen waren, durch Dekontaminationsbemühungen wieder bewohnbar. Allerdings sind solche Gebiete wie Futaba und Teile von Nami und Okuma nach wie vor für Bewohner unzugänglich. Die etwa 195.000 Bewohner, die in der Nähe der Anlage lebten, wurden bis Ende Mai 2011 untersucht. Es wurden keine erhöhten Gesundheitsrisiken vorhergesagt. Alle der 1080 getesteten Kinder für Schilddrüsenbelastung zeigten Ergebnisse innerhalb sicherer Grenzen, laut dem Juni-Bericht der IAE. Im Dezember wurden etwa 1700 Bewohner untersucht, wobei die Mehrheit Expositionsniveaus unter 1 Millisievert pro Jahr zeigte. Einige zeigten Expositionsniveaus unter 5 Millisievert pro Jahr. Verbleibende 10 Menschen hatten eine Dosis über 10 Millisievert pro Jahr. Eine 2012 durchgeführte Studie der Universität Hirosaki berichtete, dass 46 von 62 getesteten Personen Jod 131 in ihren Schilddrüsen hatten. Die durchschnittliche Dosis betrug 4,2 Millisievert und 3,5 Millisievert bei Erwachsenen bzw. Kindern. Dies war viel niedriger im Vergleich zu den Tests an Tschernobyl-Evakuierten, die eine durchschnittliche Dosis von etwa 490 Millisievert erhielten. Es wurde geschätzt, dass es etwa 700 Todesfälle durch katastrophenbedingte Vorfälle gab. Zum Beispiel Menschen, die aus Häusern und Krankenhäusern wegen der Evakuierung vertrieben wurden. Ein weiterer großer Beitrag zu Gesundheitsrisiken aus einem solchen Vorfall ist das psychologische Trauma, das mit der Nähe zu einer nuklearen Katastrophe verbunden ist. Einige der am stärksten betroffenen Menschen waren die Schlüsselmitarbeiter der Anlage, die mit der schnell fortschreitenden, sich ständig verschlimmernden Katastrophe konfrontiert waren. Viele, die an den Wiederherstellungsbemühungen arbeiteten, mussten Aufgaben unter weniger als günstigen Bedingungen erfüllen, während sie nicht wussten, ob ihre Freunde und Familie aufgrund des Tsunamis in der Region sicher waren. Bis 2018 hat die japanische Regierung vier Arbeiter anerkannt, die strahlungsbedingte Krankheiten hatten, wobei einer im Alter von 50 Jahren an Lungenkrebs starb. Um das Eindringen in das Grundwasser zu begrenzen, wurde eine gefrorene Wand um die Anlage installiert. Seit den Kernschmelzen kämpfte Tepco einen verlorenen Kampf mit Wasser, das seinen Weg durch Fukushimas zerstörte Reaktorgebäude fand, und bergab zum Meer floss. Die gefrorene Bodenbarriere konnte jedoch das Eindringen von Wasser nicht vollständig stoppen. Für den größten Teil des nächsten Jahrzehnts waren die Arbeiten an der Anlage schmerzhaft langsam, mit nicht einem, sondern drei geschmolzenen Reaktorkernen, mit denen umgegangen werden musste. Im April 2011 registrierten zwei in das Reaktorgebäude 1 gesendete Roboter Strahlungspegel von bis zu 1120 Millisievert pro Stunde. Im Mai entdeckte ein weiterer Roboter in Block 1 Pegel von mehr als 2000 Millisievert pro Stunde. Im Jahr 2012 wurden Strahlungspegel von 31,1 bis 72,9 Sievert pro Stunde innerhalb des Containments des Blocks 2 gefunden. Der Zustand des Brennstoffs in den Blöcken 1 bis 3 war unbekannt, da er mehrere Jahre nach dem Ereignis durch den Reaktorkern geschmolzen war. Im Jahr 2015 wurde ein weiterer Roboter in das Containment des Blocks 1 geschickt. Die intensive Radioaktivität immobilisierte ihn jedoch. Schließlich nahm im Jahr 2017 ein ferngesteuerter Roboter die ersten Bilder des geschmolzenen Kerns des Reaktors 3 auf. Im Jahr 2019 machte ein Roboter mit zwei Fingern den ersten Kontakt mit dem Brennstoffschutt im primären Containment des Reaktors 2. Ein Plan zur Entfernung vom Brennstoff aus den drei Blöcken wurde festgelegt. Es begann mit dem Bau des Lagerbeckens des Blocks 3 im Jahr 2018. 2021 begann man mit der Entfernung des Brennstoffs aus den betroffenen Reaktoren. Die japanische Regierung hat bisher 27 Milliarden Dollar in die Säuberung des Chaos investiert. Etwa 75.000 Arbeiter schrubbten Straßen, Wände, Dächer, Rinnen und Abflüsse. Etwa 600 Millionen Kubikfuß Gras, Bäume und Mutterboden wurden entfernt und in Millionen von schwarzen Säcken gestopft. Aber der Weg zur völligen Stilllegung der Anlage und Dekontamination nach der Katastrophe von 2011 wird noch viele Jahrzehnte dauern, bis er abgeschlossen ist. Nun, der IAEA-Bericht ist es wie immer wert zu lesen, um einen vollständigen Einblick in diese Katastrophe zu haben. Und alles, was bleibt zu sagen ist, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.